Herzlich Willkommen zurück zu der Let's Play Landwirtschaftssimulator. Immer mit der Rettich hinsetzen hier. Muss der Fenster zu machen, weil ja wieder jemand mit seinem Walp-Moped draußen zugange ist. Und das sind meistens dann die, die sich beschweren. Die Autos sind heute zu laut. Ja. Naja. Müssen wir halt mit leben, ne? Also Walp-Moped ist ja meistens eine Motorsäge, aber meistens sind das ja heute Laubgebläse. Ich finde die Dinger auch cool, weil es schön einfach geht. Aber manche Leute beschweren sich wegen jeder Scheiße, aber laufen den ganzen Tag mit so einem Walp-Moped durch die Gegend. Daher sage ich das so. Ja, hier bergauf hat der Johnny natürlich extreme Probleme. Wie gesagt, wir brauchen 240 PS, glaube ich, für die Dinge. 270 PS haben wir. Wenn er dann richtig geradeaus lippt, dann schafft er seine 18K mal. Sonst hat er ein bisschen Probleme. Was aber auch nicht schlimm ist. Ne, ist alles akzeptabel. Geht ja alles viel schneller jetzt. Wir haben vorher mit 4 Meter hier rumhantiert. Jetzt fahren wir mit 8, glaube ich. Und dass ich jetzt nichts Falsches sage, gehe ich das jetzt mal ganz kurz gucken. Also wir haben jetzt sage und schreibe 9 Meter Breite. Und vorher hatten wir SAT-Technik. Das war dieses Ding hier und haben 4 Meter. Ne, also nehmen wir einfach, weil man nie das maximale Maß nimmt. Sag ich mal zweimal fahren mit, einmal mal fahren mit der hier ist zweimal fahren vorher. Also die Zeitunterschied ist schon gravierend. Wenn nicht sogar dreimal fahren mit der Kühn vorher. Kommt immer ganz drauf an, wie man gefahren ist, wie man die Breite genommen hat und dies und jenes. Ist schon, weil wenn die 4 Meter hat, ich denke 3 Meter nimmt man nur. Und jetzt hat man 9 Meter. Und mal nehme ich sie komplett. Ja, aber wenn man jetzt hier guckt, guckt, ich nehme sie nicht komplett, trotz dass ich auf diesem Strich fahre. Ist das schon alles ziemlich okay so. Also, ich bin zufrieden. Und für euch in den Videos geht es dann halt auch ein bisschen flotter. Und ich gucke nicht 50 Folgen einem Feld rum. Ne? Ich weiß nicht, da ist er. Versuche natürlich jetzt hier so zack, zack, zack. Dann haben wir es auch. So. Oh. Komm, Baby, komm. Gib mir. Wir müssen jetzt erstmal den ganzen Staub, der in dem Johnny drinnen sitzt, nochmal rausblasen. Das Ding hat die ganze Zeit ja nichts zu tun gehabt. Müssen wir mal gerade, Leute, was zu trinken einkommen. Aber ich glaube, die Idee mit dem neuen ähm neue Sämaschine ist eine gute Entscheidung gewesen und glaube ich jetzt brauchen wir nur noch ein Milch-Ding. So. Los geht's. Und da müssen wir auch gucken, ob wir ähm wegen Mist und Gülle müssen wir natürlich auch in den BGA fahren, weil wir es jetzt eigentlich gar nicht mehr benötigen, Mist und Gülle. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Noch haben wir Platz. Ne? Und dann klappt das auch. Der Trecker zieht auf jeden Fall gut. Also ich finde, er macht es ganz gut. Ich hätte es mit viel, viel schlimmer gerechnet. Und ich glaube, das hier ist eins meiner ja gut, hinten das große Feld hat auch einen Steil, aber das hier ist wirklich schon nicht ohne. Und er packt es und äh sehr geil. Wir bleiben hier stehen und reißen dann gleich durch. Der wird ja schneller, also alles super. Wenn sich Leute denken, warum ich keinen Dünger drin habe, ich habe das Feld da vorhin auch so gemacht und es ist zwar dunkel, aber es hat irgendwie nicht gezählt, die zweite Düngerstufe. Äh, ich denke, dass das, dass man jetzt nicht mehr Feuer düngen darf und dann das drauf und dann bin Saatgut. Aber das sehen wir dann. Erstmal die anderen Felder fertig bekommen. Gleich eins mit die erste und eins mit Raps. Einfach um auch was von Raps ins Lager zu bekommen. Braucht man nicht mehr. Anreißer. Das jetzt mal gleich ein bisschen schneller schafft er. und es geht wirklich schnell. Da müssen wir jetzt auch mal sagen, klar dauert das jetzt so ein bisschen, bis er hier hochkommt, jetzt wird er schneller, aber guckt euch auch mal den Berg an, ja. Da darf er auch einfach mal ein bisschen langsamer werden. und, äh, das Sehen geht wirklich in Sekunden, ne, gefühlt. Also rein fertig. So, jetzt haben wir hier ein bisschen drauf. auf. in dem anderen Feld kommt ein Feld, Gerste, dann Raps. Können auch beide Raps machen. Aber eins, Gerste, mach ich noch. Eins, Gerste. Oh Mann, ey. So, nach oben, aus, zusammenklappen. Ups, ein falscher Knopf. Erste, so. Man muss jetzt sagen, dass das Sehen wirklich und jetzt so schnell erledigt ist, ne. Oh, Herbert, alles gut. Spann dich. So ein Rest Saatgut können wir jetzt hier auch noch mitnehmen. Hätte ich gerne. Sag, dann ist das an mich auch weg. Dankeschön. Auseinanderfahren, bitte. Der ist dann war eingestellt. Anmachen. Das ist dämlich, wie ich es gestellt habe. So. Und gib ihm. Ja, hier geht er wirklich in die Knie. Aber vollkommen okay. Wir können den nochmal updaten. Aber es ist okay, Leute. Wir sind von vier Meter auf neun Meter Sehmaschine. Da darf auch ein kleines Stück hier ein bisschen langsamer werden. finde ich eigentlich alles überhaupt gar nicht so tragisch. Eigentlich alles total easy. Ich finde es gut. Und ich kann einfach hier durchziehen. Perfekt. Ich habe mich gerade ein bisschen gewundert, warum er so schnell wird, aber dann kam der Berg und dann war easy. jetzt zieht hier schön durch. Und ich kann es nicht hier aus. Ich kann es Ich kann es nicht Das ist gut. Also ich bin mega zufrieden. Weil es wirklich funktioniert gerade alles. Und wir uns wirklich so viel Zeit gerade ersparen. Wirklich cool. Sollte einfach öfters einfach ein bisschen schneller werden. Weil ich wäre jetzt gerne erst mit dem Grober hier rüber gefahren und dann mit der Sämaschine. Keine Ahnung. Ich stehe da einfach drauf. Auf diese verschiedenen Arbeitsschritte. Aber so ist es dann halt einfach. Beim nächsten Mal müssen wir dann auf jeden Fall da hinten Raps machen. Fangen wir nämlich jetzt auch an Raps dann ins Lager zu kriegen. Also wie ich weiß, ist es ja wirklich voll. Also wenn ich jetzt die erste mir angucke. Das gehen wirklich ja nur das sind 100 und 1000 das sind 10.000 und 100.000 nur. Also 20.000 Weizen geht nur noch rein. 50.000 Weizen und 20.000 Gerste. Und dann können wir anfangen mit Raps und so einem ganzen Kram. Das muss ja voll werden. Und dann können wir auch immer verkaufen, Leute. Was wir dann runterholen. Und wenn dann soweit ist, dass wir Kohle haben wollen für unseren Scheiße Leck. Internet, Internet, Internet. Hat er sich eingekriegt? Ja. Für die Leute, die es nicht wissen, mein Internet ist kaputt. Aber ab der nächsten Folge sollte alles wieder vorbei sein. Weil Sonntag kommt ein Techniker. Heute ist Dienstag. Auch eine Frechheit, ne? Aber ist okay. Mein Gott. Was soll ich mich darüber aufregen? Ändern können wir es sowieso nicht. Wahrscheinlich kriegt man wieder einen neuen Router und dann geht es wieder für ein paar Monate und dann geht es wieder von vorne los. Als wenn die wollen, dass man sich meldet. Keine Ahnung. Also so viele Probleme, wie ich jetzt zur Zeit habe, hatte ich die letzten 13 oder 14 Jahre bei denen nicht. aber gut. Ist halt so, ne? Ändern kann ich es nicht. wie ich das geil finde gerade. Wir sind ja auch nicht pleite oder so, ne? Das muss man jetzt ja auch mal sagen. Ich kann Milch verkaufen und dies und jenes. Äh, wir haben was im Lager, wo wir auch schon was rausgenommen hatten. Wir irgendwas. Ist schon cool. So, damit sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns morgen in alter Frische wieder. Äh, ja. So, sage ich bis dennig. Tschüss.